Happy Birthday, Schatz! Wir wollten dich überraschen. Ja, aber das ist doch auch gelungen. Was ist scheiden lassen? Zahl das, was du gesetzlich für die Kinder zahlen musst. Ich will nichts von dir, ja? Ich will arbeiten. Als Pflichtverteidiger. Und ich bin echt ihr erster Fall. Das ist toll, oder? Super. Die braucht eine Anwaltsgehilfe. Ich bin Richterin gewesen. Na ja, habe ich jetzt nicht in Bewerbung geschrieben. Er will schon Putzefrau haben, die klöger ist als man selber, ne? Aufmachen! Die ist in Gang und Gebe, Beck. Ja, aber doch nur, weil Staatsanwälte wie der zu faul sind, ihre Fälle richtig zu wahr leiden. Jetzt wird's spannend. Aber er behauptet, er sei unschuldig. Na toll, jetzt war es spannend. Bock auf ein Rennen? Ja! Es ist noch nicht zu spät. Ich will, dass alles wieder so wird wie früher. Ich werde bei Mama bleiben. Willst du Mama ziehen? Weißt du eigentlich, wie verliebt ich damals in dich war? Neues Fall? Yeah! Die wollen mir Annabelle wegnehmen. Das sieht wirklich nicht gut aus. Vertrauen Sie mir, ich schaff das schon. In dubio pro rio. Was? Im Zweifel für den Ruder. Wir haben gewonnen. Die neue Serie, Beck is Beck. Dienstag 21.15 Uhr bei RTL. Was ist? Ich bin ein beschissener Anwalt. Ich bin ein furchtbarer Vater. Ne, ne, das ist nicht wahr. Nur ein beschissener Anwalt.